Was aussieht, ne? Was hab ich mir denn da dabei gedacht? So ein Scheiß hab ich gestrickt, immer wenn ich zu viel genommen hab, verstehst du? Ach, ja, so, können wir jetzt mal wieder mich zeigen? Oder mich und meine Kollegen? Ach, ja, da sind wir ja so. Mir ist auch sowieso kalt, guckt euch mal an, was ich für eine Scheiße hier fabriziert habe. Das ist überhaupt auch überhaupt nicht warm und so. Und, äh, jetzt, guck mal, Kindergarten, umdreht, es dreht euch aber um und geht wieder nach vorne, ja? Guck mal, guckt, guckt, mich seht ihr nur von hinten, hehehe. Na ja, ich strebe mich mal wieder um, guckt mal, wie ein Pfau, wie ein Pfau. Und diese, und diese Farben, so. Jetzt hab ich aber auch genug gehabt, das war eben, ja, das war eine tolle Verkaufschung, wie die sich alle bewegt haben. Da wird ja richtig warm, hm, bist du ja auch warm geworden, hm? Nee, ja, ist dir denn nicht warm geworden? Doch, aber ich hab ein Buch, weißt du, ich möchte mal was zeigen. Ich habe ein Buch geschrieben, ja? Ein Buch hat die geschrieben? Ja, ein Buch hab ich geschrieben. Und zwar, äh, da können sie lesen, wie doof ich bin. Also, was ich in meiner Karriere schon nicht geschafft habe, ja? Außer ihr vielleicht, also, ich mein, ich bin scheiße. Du bist scheiße? Ja, ich bin scheiße. Och, so ne scheiße, gib mal her. Oh, die hat mein Buch. Ja, die hat mein Buch.